Boah, irgendwelche widerlichen Pilze. Einzige, was hier in den Tunnel wächst. Und Schweine wachsen ja schon noch. Ne, kann ich nicht. Filter, Wohltreffer. Wie sie wollen. Aber stehen kann ich sie nicht. Okay, folgen sie Börb. Wo zum Teufel ist der Typ? Und du kannst nicht mehr mehr gucken. Du bist blind von dem Fussel, den wir hier trinken. Holy shit. Zum Teufel geht hier ab. Apparaturen. Wo zum Teufel ist jetzt Börb hingelatscht? Was ist hier denn hier? Wow. Der Typ hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Du hast hier nichts verloren. Du hast hier nichts verloren. Ah, da steht er. Ich glaube nicht, dass wir hier so einfach rauskommen werden. Auf gar keinen Fall. Jeder kennt sich Sau. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Schöke ich mir die Fresse und dann rennen wir. Es ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Komm, geh an zum Geh oder so. Eine Seite reicht ja wohl. Wunderschön. Gehen wir jetzt an die Oberfläche? Viel Glück, Leute. Scheint so. Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt. Grunste Bourbon. Willkommen zu Hause. Boah, besser schnell anlegen. Wow. Hier ist alles tot. Einfach nur alles. Ja. Beschwert sich nicht, sagt kein Tod. Perfekt. Perfekt. Nun, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten. Steif gefroren. Wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig. Vielleicht findest du ein Lager. Hm, Lager. Also das sieht mir aus wie ein Lager. Aber hier ist nichts drin. Klar, weil die meisten ja eh hier verrecken. Ah, Filter. Glaser. Glaser. Nichts zu trinken. Beschiss. Und nicht wirklich was zu essen. Nö. Nö, 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 nö. Oh, shit. Boah. Das habe ich auch im letzten Augenblick gesehen. Das hätte mich ordentlich gekillt. Okay. Ich bin zufrieden. Geh mal weg. Das war knapp. Sehr schön. Endlich was Vernünftiges. Und dieses Ding ist soo unpräzise. Das geht gar nicht. Kommt hier Dämonenviecher. Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Hm. Ist ein passender Ausdruck. Verfluchte Mistkerle. Okay. Sag mal vor. Ich hoffe, es kommen nicht hier allzu viele Verfluchte Mistkerle. Ich schaff's natürlich wieder nicht. Oh, fuck. Strahlung ohne Hände. Komm schon. Der will hier nicht mehr hoch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Jetzt hier drauf. Anlauf nehmen. Springen. Hotel, ich kann da gar nicht lang. Okay. Verarschen. Wenn der Typ mal weitergehen würde, dann würden wir es schaffen. Ich komme sonst nirgendwo auch. Okay. Geh weiter. Geh weiter. Nope. Der will mich hier nicht hochlassen. Was zum Henker? Vielleicht ist da unten irgendwas. Aber ich nehme Schaden, wenn ich da unten bleibe. Höhe außenrum. Puh. Falls ich da lang kann. Was ich bezweifle. Wollte der mich nicht irgendwie auffangen oder so? Hey, was haben wir hier? Aha. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Oh, shit. Das fließt natürlich weg. Munition. Wow. Boah. Erschrocken in die Fresse geschossen und tot. Oh, die shit. Der Ort gefällt mir hier. Schön düster. Retten. Essen. Saufen. Kotzen. Kacken. All die schönen Dinger. Nichts will mich hier irgendwie anfallen. Nichts, dass hier immer so um die Ecke creept oder so. Gar nix. Okay. Jetzt bin ich hier. Böses Viech. Hallo. Okay, die stecken viel zu viel weg. Geht mal die manipulierte Ratten. Oh mein Gott, ist doch gut. Boah. Stecken die viel weg? Gibt's ja gar nicht. Ja. Shotgun, Shotgun, Shotgun. Boah. Muss hier nachgeladen werden. Hier komm ich nicht hoch. So war. Schicken wir ein. Alter, schicken die viel ein. Was für ein Katz-O-Maus-Spiel. Puh. Sollte es ja es gewesen sein. Meine Fresse, gibt's wirklich so viel zu entdecken. Coole Sache. Das hoffe ich doch mal. Wow. Das ist aber ein ziemlich falscher Ort für uns, oder? Wahrscheinlich nichts Gutes. Vierer, so ein Kackviech. Oh. Der schießt aber auch mit einer Verzögerung. Ich denke, ich bleibe erstmal bei der Shotgun. Das ist aber das Beste, was mir passieren kann bei den Viechern. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich seh da draußen schon Party. Hey, ich muss ihm richtig, richtig nahe kommen. Dann müsste es klappen. Shit, 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 shit. Typ steht da immer noch. Boah, wie viele. Wow, 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 wow. Okay, wieder ein weniger. Die stecken was weg. Die stecken so viel weg. Komm schon, genau in deinen hässlichen Rücken. Kacke, kacke, kacke. Das gibt es einfach nicht. Shit, meine schöne Maske. Wenn ich die verliere, habe ich ein Problem. Noch so ein Vieh. Okay. Braucht meine Maske ganz schön gelitten. Ich sehe auch kaum noch was. Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Können wir irgendwie rüber? Ich glaube ja. Nein, 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 nein. Kein Bock mehr auf euch Viecher. Hier könnten wir irgendwie hoch. Und neuer Filter. Hier könnten wir auch irgendwie weiter. Was für ein Ort. Gehen wir mal wieder in die Brühe. Oh, hier kriege ich nur Schaden. Und zwar eine Menge davon. Mindestens fahren wir da in dem Haus. So geht es hier gar nicht mehr weiter. Da können wir weiter hoch. Oh, shit. Guck mal, du Mistkerl. Wow. Auch mir schaden, wenn das nicht wegfliegt. Absoluter Wahnsinn. Oh, dich hole ich vom Himmel. Na komm. Na komm ruhig. Wow. Ich kann mich ja nicht mal wehren. Fuck. Dann jagen wir das Vieh.